Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 27. September. Kritik an Stellenbesetzung bei Stadtentwicklungsgesellschaft, grünes Licht für Umzug von HSK-Kliniken und ZDF trennt sich von Moderator Fornoff. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Wiesbadener Grünen kritisieren die Stellenbesetzung der Stadtentwicklungsgesellschaft, kurz SEG-Hart. Schließlich steht immer noch nicht fest, wie es in puncto Vertragsverlängerung bei den beiden Geschäftsführern Roland Stöcklin, Andreas Guntrum, weitergeht. Auch nachdem der SEG-Aufsichtsrat am Dienstag tagte, gibt es immer noch keine Antwort auf die Frage. Deswegen haben die Grünen in einer Mitteilung gefordert, dass vor Vertragsverlängerung der Spitzenpositionen zunächst Aufklärung betrieben werden soll. Ein Grund für die Vertagung dieses wichtigen Punktes sind weitere Ungereimtheiten bei zwei Personalien. Dabei geht es um nicht nachvollziehbar begründete Einstellung, Gehalts- und Karriereentwicklung. Revisionsausschussvorsitzender und Grünen-Fraktionsvorsitzender Felix Kisseler fordert transparente Einstellungsprozesse und kritisiert das Fehlen einer Personalabteilung. Die Grünen-Rathausfraktion plant nun, für den nächsten Revisionsausschuss einen entsprechenden Antrag einzubringen. Grünes Licht für den Umzug der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken HSK in Wiesbaden. Erste Bereiche ohne Patientenkontakt sind bereits umgezogen, meldet die Klinik am Donnerstag. Patienten werden ab dem 7. Oktober das neue Klinikum beziehen. Ab dann startet der Vollbetrieb der neuen Helios HSK in unmittelbarer Nähe des alten Gebäudes. Eigentlich war schon für Januar der Umzug angepeilt worden. Er hatte sich dann über Monate verschoben, unter anderem, weil die Abnahme vieler technischer Anlagen mehr Zeit in Anspruch genommen hatte als vorher gedacht. Der neue Gebäudetrakt ist 200 Meter lang, 100 Meter breit. Einige Abteilungen sind bereits in den neuen Gebäuden. So hat die Küche ihren Betrieb im Neubau schon aufgenommen. Aktuell ziehen die administrativen Bereiche wie IT, Medizin und Betriebstechnik um. Im Anschluss folgen die Ambulanzen sowie erste Operations- und Radiologiebereiche, meldet die Klinik. Zeitweise wird nun sowohl in der alten als auch in der neuen Klinik gearbeitet. Das Bündnis Finger weg vom Sozial-Eta hat sich in die Debatte um den Wiesbadener Haushalt eingeklinkt. Es fordert die Summe, die in der Vergangenheit für soziale Angebote eingeplant wurde, weiter ungetastet zu lassen. Kürzungen hätten verheerende Auswirkungen für alle, so das Bündnis. Besonders mit Blick auf freie Träger befürchte man, dass das betriebswirtschaftliche Risiko weiter steigen werde. Gemeinnützige Organisationen könnten im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen weder Krisenrücklagen bilden noch Kosten an Klienten weitergeben. So seien bei steigendem Kostendruck Schließungen von Einrichtungen und Angeboten die Folge. Es sei nicht gerecht, jene am meisten zu belasten, die ohnehin auf Unterstützung angewiesen sind, so das Bündnis weiter. Man fordere eine faire Verteilung der Mittel, die sicherstellt, dass soziale Angebote erhalten bleiben. Das Bündnis plant, seinen Protest in den kommenden Wochen zu intensivieren. Geplant sind unter anderem Kundgebungen vor dem Rathaus. In der Wilhelm-Heinrich-von-Riel-Schule in Wiesbaden-Biebrich hat es am Donnerstagmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie um kurz nach 14 Uhr über eine starke Rauchentwicklung in der Schule informiert. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, versuchten drei Lehrer, den Brand selbst zu löschen. Die Lehrer wurden dabei leicht verletzt und vor Ort behandelt. Während der Löscharbeiten blieben die 400 Schüler aus Sicherheitsgründen in ihren Klassenräumen und wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und durchsuchte anschließend mit mehreren Trupps unter Atemschutz das gesamte Gebäude. Dabei entfernten sie mit speziellen Belüftungsgeräten den Brandrauch aus dem Gebäude. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Alles in Butter ist in Sachen Butterpreise leider nichts, denn die werden voraussichtlich weiter steigen. Jahrzehntelang wurde viel mehr Butter als benötigt produziert. Der Staat kaufte überschüssige Ware und lagerte sie ein, um den Preis stabil zu halten. Mittlerweile ist es andersherum. Das führt zu Preisschwankungen auf hohem Niveau. Aktuell kostet die Butter laut Bundesamt 2,09 Euro. Das sind etwa 41 Prozent über dem Wert von 2020. Die Tendenz ist weiter steigend. Der Verband der Milcherzeuger rechnet bis Ende des Jahres sogar mit neuen Rekordpreisen. Grund sind einerseits die fehlenden Sonnenstunden, durch die weniger Eiweiß im Gras ist. Dadurch ist der Fettgehalt der Milch geringer. Und auch generell gäbe es weniger Milch. Dadurch wird Rahm knapp und der ist die Grundvoraussetzung, um Butter herzustellen. Das ZDF hat sich von Moderator Matthias Fornoff getrennt. Das bestätigt der Sender auf Nachfrage. Fornoff wurde vor allem durch politische Sendungen wie Spezial- und Politbarometer, aber vor allem durch Wahlabende bekannt. Zu den Gründen, Hintergründen und Einzelheiten schweigt der Sender. Bitte haben Sie Verständnis, dass im Übrigen die in Personalangelegenheiten übliche Verschwiegenheit gilt, teilt das der ZDF mit. Nach Darstellung verschiedener Medien legte Fornoff über seinen Anwalt Widerspruch gegen die Kündigung ein und forderte, wieder eingestellt zu werden. All das bestätigte das ZDF nicht. Im Mai musste Fornoff seine Aufgabe als Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen nach Beschwerden über Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen räumen, wie das ZDF seinerzeit mitteilte. Fornoff soll nach Informationen der Bild-Zeitung von den Anschuldigungen erst überrascht gewesen sein. Nachdem er Fehler eingestanden und die getroffene Entscheidung des ZDF akzeptiert hatte, war er an eine Stelle ohne Führungsverantwortung in der Chefredaktion versetzt worden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de Gude Wiesbaden